Elvira Nägele, ich bin Ihre Kandidatin für die FDP. Als selbstständige Architektin komme ich aus der Wirtschaft und habe Erfahrung in baulichen Themen wie Umwelt und Ökologie, sowie in der Immobilienbranche, da ich auch in der WEG-Verwaltung tätig bin. Dank dem durchgängigen Schulsystem konnte ich nach der Ausbildung zur Bekleidungsnäherin noch Bauzeichnerin lernen und mit dem nachträglichen Fachhochschulabschluss Architektur studieren. Wir bauen das Klima von morgen. Nachhaltigkeit bedeutet der Erhalt unserer Umwelt. Deshalb schätze ich als Camperin die Natur. Ich genieße gemeinsam mit unserem Hund Spaziergänge im Wald. Musizieren mit Geige und Trompete sowie aktives Tanzen im TSG Biedigheim sind für mich der Ausgleich. Als Mutter von zwei Kindern verbringe ich meine Freizeit gerne mit unserer Familie und habe Erfahrung in digitalen Medien. Menschliche Nähe, die Umwelt und Grundrechte sind mir äußerst wichtig. Wir müssen frei für eine lebenswerte Zukunft sein. Unterstützen Sie die FDP und mich mit ihrer Stimme zur Landtagswahl am 14. März. Elvira Nägele, Ihre Kandidatin, die etwas für Sie bewegen möchte. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.